Okay. Aber hier hinten dran ist aber auch eine Zombie-Party, ne? Ja, ja, da hinten dran ist eine Höhle. Die ist beim Auskramen, hab ich die gesehen. Die ist direkt hier hinten dran. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Guck mal, da ist schon wieder Love in der Ecke. Pass auf, das... Wo hängt der Golem denn? Keine Ahnung. Ist egal. Ah doch, da haben wir den ersten! Ein, 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 einen kleinen Villager! In der Ecke, hast du gesehen? Ja! Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Der Kleine, der steht hier. Oh, ach da! Hallo du, ich werde dich kidnappen. Also ich brauche noch eine Zeit für deiner Sorte. Okay, das hätten wir doch schon mal gut gemacht. Also, da müssen wir jetzt gucken, dass wir noch mehr Betten dorthin kriegen. Du kannst aber noch gucken, dass du weiter Sticks machst, dass wir mehr Emeralds kriegen. Ja. Das ist eine super Sache. So, ich renne mal kurz in die Farm, weil ich Wolle brauche und für Wolle brauche ich Weizen. Wachen wir mal kurz. Moment. Oh. 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 So. Na, 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 na. Na, 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 na. Ah. Ah, so ist das, ne? Meine Technik hier. Die Mörder-Technik, die 10 Stunden braucht. Ja, ich weiß. Das triggert euch alle, aber mir ist das egal. Ich will hier kein, nicht so viel Wasser drin haben. Vor allem das Wasser, das dürfte auch gar nicht da sein. Ähm. Naja. Ist ja auch egal. Ich weiß halt nicht, was wäre, wenn wir das Wasser eins nach unten versetzen. Funktioniert's dann auch noch, wenn es so unten drunter ist? Ich weiß das halt nicht. Also, im Real Life würde das ja natürlich funktionieren, ne? Aber wie sieht das im Game aus? Weil Minecraft ist ja nicht unbedingt in allen Aspekten sehr realistisch, ne? Aber, hey, ist ja auch ein Spiel, ne? Muss man auch mal dazu sagen. So, guck mal, das reicht doch definitiv aus, hier für ein paar, für ein paar Wolle zu machen, ne? Ein bisschen Wolle hier, ein bisschen Wolle da, zack, zack. Und dann läuft das hier, ne? So, gehen wir da hinten hier. Und dann, willst du auch da rein? Nein, ne? Komm, wir gucken mal. Da haben wir schon ein bisschen was drin. Guck mal hier, einmal fluten. Und einmal, ne? Alles, was geht, Leute. Alles, was geht. Alles, was geht. So, ja, ja, ja. Oh, das, das klingt aber nicht so, so, so gesund da unten, ne? Aber so ist das halt. Sind das das schon alle? Ne, das können es auch nicht schon alle sein. Da müssen noch ein paar irgendwo sein. Obwohl, könnte sein, ne? Ist egal. Ja, komm, du kriegst einfach so eine Wolle. Super. Das wird nicht funktionieren, ne? Willst du mich verarschen, das funktioniert? Durch die Glasscheibe. What? What? Und dann noch hier. Sehr geil, sehr geil. Du hättest ein Funnel verdient, aber wir nehmen nur die mit. Super. Und zurück nach Hause. Hey, sehr geil. Sehr geil. Das ist ja gar nichts. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Heyo. 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 Vergiss die Truhe nicht hinter den... Welchen Farmer? Welchen Farmer? Hinter den Farmen nicht... Ach, ist doch egal. Da steht doch eine gute Truhe rum. Ich weiß nicht mehr, um was das geht, aber... Hab ich irgendwann gesagt, dass ich eine Truhe irgendwo hinsetze? Ich geh noch mal gucken. Jetzt bin ich verwirrt. Welche Truhen? Wo stehen denn da Truhen? Also, ja klar, das ist ja für den Hühner, aber wo ist denn hier noch was? Ah, hier wollten wir ein Lager bauen, glaube ich. Ja, 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 wegen den Seeds und so. Ja, jetzt hab ich es. Jetzt hab ich es. Wenn es das ist. Ja, 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 hab verstanden. Da hat wieder geklingelt. Ey, du musst auch bedenken, ich hab jetzt seit fünf Wochen noch nicht mehr auf die To-Do-Luste geguckt. Ich hab da kaum noch... noch Ahnung, was da draufsteht, ne? So, das ist halt so. Pass auf, wir machen mal... Ja, noch ein paar Betten. Da hab ich noch was dabei. Juh, pass auf, hier müsst du irgendwo noch... Nee, mach's hier, mach's hier. Nee, wir sind zu voll. Wir sind erst mal zu voll. Wir müssen erst mal hier leeren. Cleared Inventory müssen wir machen. So, und die kommen hier hin, weil da müssen wir ein bisschen auffüllen. Weil die, da könnt ihr auch da hinballern. Ein paar Betten werden das ja schon mal. Das ist ja schon mal gut. Pass auf. Pass auf, im Buff. So, hier, Bums. Ah, perfekt. Perfekt. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Hier läuft's. Wo ist denn die Sarah hin? Bin am traden. Mhm. Siehste, für die Fütungsmaterialien. Hab ich schon gesagt, hab ich schon gesagt. Super. Bett nehmen. Und dann da Bett. Und wir müssen hier eine zweite Reihe bauen. Das ist ja einfach nur für jetzt Wiederherstellungspunkt. Ich will keine Wiederherstellungspunkt. Okay, das muss gehen. So, den da müssen wir jetzt irgendwie entführen. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wie wir das machen sollen. Was wäre, wenn wir ein Boot bauen, den da rein... Moment. Was den da Blödsinn macht, ne? Ja, bilde den nicht zu viel aus, ne? Den brauch ich gleich. Das soll ein Farmer werden. Gut, das soll jetzt nicht heißen, dass Farmer dumm sind, ne, Leute, ne? Das ist direkt mal vorne weg gesagt hier. So, Pass auf. Wir brauchen jetzt ein Boot. Das wird sowas von schief gehen. Ich weiß es jetzt schon. Mit dem Boot fahren wir bis hier hin. Dann hoffe ich, dass der da reingeht. Dann können wir die letzte Schiene wieder setzen und dann lassen wir den mal hochgondeln. Wir werden höchstenscheinlich die andere Seite nicht hochkommen. Komm rein da. Ich weiß gar nicht, äh, ob man kleine Villager da reinpacken kann. Hab ich noch nie gemacht. Wo ist denn der? Kacatze, bitte, bitte, bitte vom Bett runter. Hallo? Geh mal einfach da hin. Ja, genau. Und weiter. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen, hab ich gesagt. Ah. Moment, Moment. Ich bin dein Freund. Ich bin nur dein Freund. Bleib hier. Bleib hier. Money. Oh. Ich glaube sogar, dass der klüge einfach... Wo ist denn da hin? Ja. Ich hab ihn. Super. Den haben wir. Super, super, super. Oh, das Lager müssen wir hier auch noch komplett ausbuddeln, Leute. Was geht? Was geht? Äh, ich spiele mit dem, ne? Keine Angst. Ich spiele nur mit dem. So, komm. Anderes Perspektives hier. Entschuldigung, Entschuldigung, Golem. Ah, Entschuldigung, gehen sie aber eher in. Ich spiele mit dem. Hast du das nicht gesehen? Weg da. So. Das wird jetzt sowas von schief gehen. Pass auf, ich hab aber eine Idee, damit wir das hier ein bisschen vernünftig machen können. So, wir machen das jetzt mal so. Äh, wie komm ich nochmal raus da? Shift, ne? Genau. Jetzt hat sich Papa dazu gesetzt. Okay, das passt für mich. Das sind zwei Stück, die brauchen wir. Sie können ja nicht über Schienen laufen, ne? Das heißt, wenn wir das hier so machen, dann müssen die doch hier nicht mehr rauskommen. Ah, das wird jetzt schief gehen, ne? Weil die springen hier hoch und dann fallen sie da runter und dann sind sie wieder weg, abgehauen, ne? Äh, guck mal, den kleinen Villager, dem fehlt irgendwie sein Körper. Naja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den nicht haue. Geht, ne, ne, ah, das war so klar. Was, was brauchst du? Mein Villager. Und was ist, pass auf, der rennt hier rum. Der Kleine. Ja, den will ich kidnappen. Der Kleine ist, glaube ich, hochgerannt. Nein, nein, der ist nicht hier. Der kommt jetzt da. Der ist durch das Bötsche gefallen. Also, da kommst du dir, kommst du dir. Ja, den da, jetzt. Ja, aber das ist blöd, weil, jetzt sitzt der Bogner dran. Ja, den brauchen wir nicht. Warum? So, da müssen wir uns vielleicht so setzen. Ja, lass ihn mal da rennen. Genau, ne, 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 ne. Renn da hin. Renn, 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 renn. Sprech du dich mit dem. Lass ihn in Ruhe. Komm, ich lenke den Bogner ab. Oh. Ne. Ah, schwierige Geburt. Ich schwöre dir. Ja, danke. Und auf ein neues. Wuhu. Komm, geh weg, du Ei. Danke. Worum hast du hingeht. Nervt nicht. Ich muss auch irgendwann wieder holen. So, pass auf, wir fahren wieder hier hin. So. Ich teste jetzt nochmal so, weil nicht, da müssen wir ihn komplett einbauen, ne. Jetzt geht er hoch und dann läuft er. Hä? Warum rennt er jetzt da hin? Aber guck, pass auf, er kommt, er kommt, er kommt. Er geht nicht in die Dings rein, ne. Was läuft denn da, Leute? Der müsste doch in der Lure drinbleiben. Ja, der bleibt jetzt. Toll. Das ist ein Neuling. Das ist ein Neuling, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Ja, okay, okay, okay. Komm, hau rein. Der kriegt gleich Speed. Pass auf, jetzt verletzt er sich gleich oben? Er ist aber schon mal weg, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Muss die Klappe hinter dir zumachen, ne. Okay, mach ich. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Er sitzt drin, Leute, er sitzt drin. So, jetzt kommt das nächste Problem. hier wieder abbauen, ne. Das heißt, abbauen und das hier wieder zumachen. Moment, hier sind andere Gläser oben wie unten, ne. Moment. Hast du hier was zum Schlafen? ne. Nö. Moment, es sind die, es sind die hier. Zwei, und hier ist noch ein anderes Glas. Da muss man das noch anpassen, ne. Wir sollten wirklich schlafen gehen. Shitty. Weil, wegen the Creepers und so. Ja, ja, ich hör sie schon. Ich hör sie schon. Bist du ready? Ja, warte, ich lieg gleich. Moment. Ah ja, gut, dann, wenn du dich da hin liegst. Sag Bescheid, wenn du liegst, ne. Ich liege. Super, ich auch. Menno. Okay, essen. Danke. Wir haben noch zwei kleine. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, also ich muss jetzt mal gucken, wie ich den da jetzt aus dem Bollerwagen rauskriege. Scheiße, der sollte da gar nicht rein. ne. Vor allem, wie kann der in einen Trichterwagen da rein? Scheiße. Wie blöd bin ich denn manchmal? Ist egal. There is no fun, ne. Also, der muss da in die Mitte rein und der soll auch da bleiben. Ach je. Aber sie haben sich schon lieb. Ja, das sehe ich. Aber sie sind auch nicht glücklich dabei, weil sie nicht genug Betten haben. Soll ich Betten bringen? Ja, aber, ja, kann es mal machen. Wir müssen aber gucken, dass man die tatsächlich da rein kriege, ne. Ich hätte die Klappe nicht zu aufmachen sollen. Irgendwas ist noch falsch an der Farm. Ich weiß aber gerade nicht was. Normalerweise sollte er genau in der Mitte stehen bleiben. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ihn ja drin wieder haben, dann haben wir ihn drin. Dann haben wir ja keinen Stress. So, hier. Ne, wie war das gerade? So doch, und dann hier hoch, ne. Und den hier hoch. Ich bringe erst mal meine ganze Lebenszeit mit Suchen nach Materialien. Was suchst du denn? Wolle. Haben wir keine mehr. Echt nicht? Nein. Deswegen war ich vorhin extra in der Farm. Ach, muss ich da hinten? Die Tierfarm, wo die... Wo die Dings, ja. Ich könnte mir aber doch auch mit einer Schere einfach gerade durchs Gehege laufen, oder? Das ist auch korrekt. Das würde natürlich auch gehen. Hast du noch irgendwo eine, oder? Was? Eine Schere? Ja, schon. Aber ich weiß gerade nicht wo. So, pass auf. Du rennst mir jetzt nicht da rein. Du kommst jetzt einfach mal mit, Junge. So, dem machen wir jetzt mal was anderes. Jetzt geh mal. Hör mal, da ist ein Weg für durch. Verstehst du das? Ich würde eine Leine. Geh da raus. Guck mal, dein Hörnis hol, wie du, ne? Guck hier, nix drin. Jetzt geh. Hau ab. Kannst du bitte die Ecke fahren? Weißt du was? Ich hau dich, ne? So, jetzt läufst du, ne? Ja, das ist mir klar. Jetzt gibst du Gas, ne? Geh da rein. Ich dachte, nicht so oft hauen, ne? Geh jetzt. Ach, nein, 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 was machst du? Guck, ich, ich geb dir was zu essen. Ne, du kriegst nichts von mir. Ich hab nur Schiss, dass ich den umbringe, ne? Leute, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen, okay? Sorry. Er ist, er ist, er ist selbst schuld daran. Wee! Okay, ist meine Schuld. Es tut mir leid. Ich wollte ihn nicht umbringen, aber ich hätte gedacht, dass der Taufe ein bisschen, ein bisschen mehr aushält wie... Das ist ja perfekt. Wo ist denn der Neue? Oh Mann. Guck mal hier. Ja, läuft weiter! Boah, ich glaube, es ist wirklich klüger. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es nervt mich aber schon so langsam. Pass auf, ich lass die Villager jetzt einfach mal da. Ich will jetzt mal was anderes machen. Ich, du bist doch... Ach, okay, du darfst auch gehen. Ciao. Perfekt. Ich danke dir. Jawohl. Siehst du denn, der will, dass ich einfach hier weitermache, ne? Ist mir auch egal. Ich will das jetzt so hier hinkriegen und dann soll das auch jetzt so klappen. So. Weißt du was? Ich lass ihn einfach in der Lore da drin stehen. Fertig aus. Ich lass ihn einfach drin, weil der wird versuchen, ihn zu füttern und dann passt das. So machen wir das. Ich lass ihn einfach drin. Viel klüger. Statt dass ich mir hier so mega krasse Mühe mache, den irgendwie da in der Mitte zu behalten. Er ist ja in der Mitte. Hä? Kann man doch so sagen. Guck mal, ich kann Erdblock doch hier. Was müsste hier sein? Fehlen noch ein paar Schienen. Chinoskis. Hä? Ja, der wird versuchen, den zu füttern. Weil das kann er ja nicht mehr in den Kompost. Da müssen noch Seelaternen drauf. Wir sollten uns die holen gehen. Also ich finde, ich finde, ich finde auch, also pass auf Leute. Was machen wir? Seelaternen oben rein und hier unten überall hin oder machen wir die Pilzlichter aus dem Nether rein. Uh, da kreuzen wir schon wieder. Da ist doch letztes Mal was extrem schief gelaufen, ne? Ich will nicht mehr in den Nether. Im Nether? Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ne, den Nether will ich nicht. Wir machen es erstmal mit Seelaternen. Die gefallen mir dann natürlich nicht und dann gehen wir uns dann später irgendwann mal Dinge holen. Hatte ich nicht hier noch irgendwo Schienen drin? Gucke mal hier. Perfekt. Pass auf, dann nehme ich mir die noch eine mit. Dafür ein bisschen Power, ne? Und dann brauchst du so ein Redstone-y und dann wird das was. So, wie sieht es denn mit dir aus, Sarah? Du hast hier wunderbar meine Welt betreten, ne? Aber, wie ist es mal mit den To-Dos hier? Ja, ich bin gerade dabei, Wolle zu ernten. Wolle zu ernten. Das ist schön. Sag mal, du weißt schon, dass die hier hinten in deinem Gehege auch alle da irgendwie so über den Zaun hüpfen und hinten dran rennen und so, ne? Nö. Also, hier ist richtig Zoo angesagt hier in dem Wald hinter dem Gehege. Wie kommen die denn da raus? Ich glaube hier. Über dieses Bienennest hier in der Ecke. Ah, das könnte sein. Ja. Ja. Ja, Moment, ich teste es mal. Also, hier eine Übers Bienennest, ne? Hier Ja, hier kommen sie raus. Okay. Dann müssen wir den Zoo mal wieder einsammeln, würde ich mal sagen, ne? Das ist aber kein Problem. Guck mal hier. Guck mal hier, alle Leute, 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 Leute von heute. So. Kommen sie mal hier hin. Bock, bock, bock. Alle Mann hier hin. Alle Mann hier hin. Kommen sie, kommen sie, kommen sie, kommen sie, kommen sie. So, wie komme ich denn jetzt am besten da rein? Wir müssen denen erstmal was bauen. Wo wir dann hier drüber rennen können. Äh, komm, komm mal hier. Nicht weglaufen, Leute. Äh, super. Kommt mal mit. Einmal hier dem Päntchen folgen. Super. Wir müssen alles hier wieder reinziehen. Kann ja nicht da sein hier. Super, ich danke. Das heißt, hier haben wir ein technisches Problem. Ja. Kann ich da einen Block draufsetzen? Für jetzt mal. Wir bauen da eine Falltür drauf oder so. Ne, aber einen Erdblock, das erkenne ich. So, das können wir mal so lassen. Okay, guck mal, hier ist der Techno-Cow. Pff, 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 pff. Ey, du sollst es weiter drehen. Okay, cool. Läuft. Ich danke dir für, für den Hinweis. Ja, gerne, gerne. Ich habe jetzt, äh, auf jeden Fall, ein bisschen was an Wolle gesammelt, nämlich 43 Stück. Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da muss ich da überall noch eine Falltür drauf machen, auch da, weil da kommen die überall raus, ne, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, hier auch, hier vorne, ja, ja. Ja. Oh, das ist bitter. Aber ist egal. Ja, da kommst du nicht raus. So, das ist gut. Ich? Doch. Ne, ne, nicht du. Sie soll nicht da raus. Genau. Nein, geh weg. Super. Jetzt ist Feierabend hier. Da kommt doch nicht mehr raus. Ja, das sind halt die kleinen Details noch, die so links und rechts fehlen, ne? Hier ist keins. Super. Hier kommen sie, da können sie auch raus. Da muss nur eine Falltür drauf, dann ist der Terror vorbei. Okay. So, wir waren gerade dran. Betten. Seelaternen zu holen, ne? Wir gehen Seelaternen holen. Machen wir. Machen wir direkt. Hast du was zu essen, übrigens? Ich hab, ja, ich hab mir was genommen, einfach. Was hast du dir genommen? Ich war so frech und habe mir ein bisschen Fleisch genommen. Was hast du gemacht? Fleisch? Du darfst nur Fleisch essen. Ach so, ich muss ja vegetarisch, oh nein. Naja, egal, ich war ja auch schon überlegen. Wo bist du? Im Lager. Unten? Ja. Ich suche dich gerade, weil ich hab was für dich. Ich hab extra das gemacht, damit du auch was zu essen kriegst. Weil ich dachte schon die ganze Zeit, wie kann die überleben die ganze Zeit? Denk an Tränke mitnehmen. Oh ja, 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 sehr guter Call, sehr guter Call. Guck mal hier. Bin ich mal oben? Guck mal hier. Da, bitte sehr. Tränke mitnehmen, da brauchen wir. Danke. Wow, das ist immer viel Kürbiskuchen. Ja. Ich hab auch noch ein paar Unterwasseratmung. Genau, die zwei brauchen wir ja, ne? Haben's. Wir nehmen auch den ganzen Prolly hier mit, sonst macht das keinen Spaß. Wir brauchen einfach nur ein paar Laternen. Machen wir die einfach weg. Die sind doch nicht so schön. Die anderen würden definitiv besser aussehen. Moment. Bevor ich jetzt wieder losrenne und die ganze Welt hier in Unruhe versetze, guck ich mal erstmal in die Kiste. So, und für alle, die neu dazugekommen sind, die sich da denken, was machst du für ein Scheiß? Leute, das ist so bei mir. Das ändert sich nie und das wird sich auch nie ändern. So ist das. Ich hatte doch irgendwo hier, ah, oder machen wir mit Leuchtstein? Leuchtstein 1 oder Seelatern 2? Ne, pass auf. Ich mag halt dieses künstliche Licht schon von den Seelaternen. Moin Jan, schön, dass du da bist. Drei. Sunny, du kannst nicht drei schreiben. Es gibt kein Drei. Okay. Ich geh mal hier schlafen. Gab's irgendwo... Schlafen? Achso, ja, warte. Aber du kannst gern fragen. Gab's irgendwo ne Kiste, wo du mal Wolle drin hattest? Ja, ähm, wenn's im Lager hinten rumläufst, äh, also, quer gegenüber vom Eingang, ne, wo's du hochläufst, da steht der, der Web-Tisch und da gegenüber, von der Ecke, äh, die, die den parallel zu dem stehen, ich glaub, in der obersten oder untersten Kiste, da sind sie drin. Ah, okay. Du, wie viele Betten brauchst du jetzt bei dir da in der Farm? Ich hab jetzt so ungefähr, äh, 15. Ich brauch im Endeffekt nur drei Stück dort und eins steht dort, weil... Alright, dann stell ich die restlichen einfach hier auf, Richtig, richtig, wir brauchen einfach mehr Villager. Wir brauchen mehr Live in dem Ding. Noch mehr, natürlich, ist viel zu wenig. Genau, genau, so sieht sie raus. So, jetzt gucken wir mal schnell noch, Ah, das krieg ich mal in diese Folge nicht rein. Leute, lasst euch nicht verwirren, wenn ich von Folgen spreche und das mach ich wegen YouTube bisschen, ne? Also, wir sind zwar hier auf Twitch, aber ich mach das wegen YouTube. So, dann muss ich halt noch den perfekten Weg finden, wie ich das am besten mache. Somit würde ich sagen, da, ne? Wir müssen ein Thumbnail catchen. So, das ist das Bild für die nächste Folge. Hat nix damit zu tun, aber ist auch egal. Hey! Was geht denn hier ab?